Hallo und herzlich willkommen in der Grohe Digitalwerkstatt. Mein Name ist Heiko Mittendorf und ich freue mich euch, die vierte Generation der Grohe Eurosmart vorzustellen. Seit Jahren ein echter Renner unter den Badarmaturen, der eine Lösung für alle Anwendungen bietet und sogar Ehestreitigkeiten verhindern kann. Aber dazu später mehr. Vor über 20 Jahren brachte Grohe die erste Eurosmart Armatur für das Bad auf dem Markt. Seitdem hat sich die Armaturenserie zu einem Bestseller bei unseren Kunden entwickelt. Ab sofort ist der Meister seiner Klasse exklusiv für das Fachhandwerk verfügbar. Drei Stichworte, die unsere neue Armaturenserie wohl am besten beschreiben, sind große Modellvielfalt, zeitgemäßes Design und praktische Funktionen. Wir haben für eure Kunden den Bedienkomfort erhöht und bieten dazu vier verschiedene Hebelvarianten an. So findet sich für jeden Bedarf ein passendes Modell. Die Eurosmart-Variante mit offenem Hebel erleichtert die Bedienung beim Öffnen und Schließen der Armatur. Damit eignet sie sich ideal für Menschen jeden Alters von 5 bis 80 und für Personen mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten. Speziell für den Gesundheitsbereich gibt es auch ein Modell mit extra langem Hebel, der ein einfaches Bedienen mit dem Ellbogen ermöglicht und somit den Kontakt mit Oberflächen minimiert, um die Kontakthygiene zu gewährleisten. Für besonders hohen Komfort sorgt die ausziehbare Auslaufvariante perfekt zum Haarewaschen oder Reinigen des Waschbeckens. Selbst Ehestreitigkeiten lassen sich so vermeiden, wenn zum Beispiel Badstoppeln im Waschbecken liegen. Absolut begeistert bin ich auch von unserer Eurosmart Hybrid-Variante. Sie kombiniert die Vorzüge einer manuellen und einer sensorgesteuerten Infrarotarmatur. Hier entscheidet der Nutzer selbst, ob er den Hebel oder die berührungslose Technologie verwenden möchte. Übrigens, berührungslose Armaturen fördern nicht nur die Hygiene, sondern können auch den Wasserverbrauch bis zu 70% reduzieren und sind damit besonders nachhaltig. Aufgrund unserer speziellen SilkMove Keramikkartusche zeichnen sich alle Eurosmart-Modelle durch eine leichte Steuerung von Wassermenge und Temperatur aus. Die integrierte SafeStop-Technologie rundet den hohen Bedienkomfort ab. Dank eines integrierten Thermostats kann vorab eine Temperaturgrenze festgelegt werden, um Verbrühungen zu vermeiden. Für das Gesundheitswesen bieten wir auch Varianten mit thermischer Desinfektion an. Für eine besonders hohe Trinkwasserqualität und somit auch für Allergiker geeignet, sind die neuen Eurosmart Armaturen mit inliegenden Wasserwegen ausgestattet, die sicherstellen, dass das Wasser blei- und nickelfrei ist. Ganz im Sinne der Perfect-Match-Philosophie passt unsere Eurokeramik optimal zu den neuen Eurosmart Armaturen. Das erleichtert die Badplanung und spart euch Zeit und Geld. Ob S-, M-, L- oder XL-Modell, Eurosmart überzeugt durch ein ideales Preis-Leistungsverhältnis und erfüllt gleichzeitig hohe Ansprüche an Design und Komfort. Ein Top-Produkt für echte Meisterwerke. Ihr wollt mehr erfahren? Dann informiert euch jetzt auf unsere digitalen Erlebnisplattform GOROX.